Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und... Oh, 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 Massage, Stuhl, nee, Massage, Massagewolke. Komm, schmerzen. Eine Massagewolke. Willkommen zurück zum E-T. Oh Gott, ja, äh, letzte Folge gab's ja... Ah, warte, ich hab eine hier. ...Rettungsmission, wo ich schöne kleine Orangen bekommen hab. Oh, kleine Orangen. Oh, oh. Ach, und wollte ich, wollte diese... Oh. Ich geh jetzt, glaub ich, nochmal Sanit suchen. Das letzte Mal. Okay, bei mir ist grad... ...und dann... So, okay. ...lust der Client. Dann, ähm... So, da bin ich wieder. Left, Joint, Left. Ja, weil, keine Ahnung, gab Fehler. Ähm... Also jetzt bist du geleftet, du dürftest ja nicht gar nicht hier sein. Ja, oh mein Gott. Nee, du bist doch gar nicht hier. Nee, echt auch nicht hier. Nein, du bist nicht auf dem Server. Druck mal Tab, roll. Äh, okay, aber ihr bewegt sich, ihr bewegt euch und ich bewege mich, dann soll ich schwieg auf. Warte mal, ganz im Moment. Ich seh dich. Versuch nochmal... Versuch nochmal neu reinzukommen. So, jetzt bist du wieder drin. Ich hab ihn eben auch gesehen. Was hat das denn für ein Fehler? Lol. Lol. Lol, lol, lol. Ähm, okay. Geil. Das ist jetzt nicht so grad die beste Idee, ne? Nee. Aber doch, das geht, das geht, das geht. Ähm, baue mal... Ich zieh... Geh jetzt den die tun. Ach ja, ihr macht jetzt hier Schnieke. Bau einfach, ähm... Ihr macht Schnieke, okay. Nein! Ke... Wo bist du mit... Scheiße! Oh nein, wie geil. Ja, dann musst du, müsst du mit Shift immer bauen. Nein, ich doch. Ansonsten kriegst du mal runter. Ohne Shift bauen. So, äh, wie kriegt man diese... Also die kriegt man mit drei nebeneinander hin. Drei Holy Store nebeneinander, ne? Diese Bruttenteile. Was für Bruttenteile? Nochmal zwei? Zwei, okay. Ich weiß, wie es geht. Bin schlau. Ich bin weg. Ja? Wohin? Sanit suchen. Na, nicht schon wieder, Alter. Du musst mit Shift bauen. Hab ich doch. Lol. Dann bist du auch mal zu blöd zum Bauen. Ich stehe. Nein! Ich darf jetzt... Da wird erstmal gelacht, ne? Aber wenn jemand mal irgendwo runterfällt, weißt du? Ne, weißt du? Ja, ne. Ja, ne. Der Pigman ist immer noch hier. Der ist cool. Wo bist du runtergefallen? Du musst gleich mal gucken. Ja, beeil dich sonst in seiner Seite. Du kannst auch, ähm, wenn du an dieser Süchte vorbeigehst, ne? Ähm, kannst du, äh, in das Portal, was da ist. Also du musst nicht den Faktenweg zu Ende laufen. Ja, oder so. Ja, ich muss das, muss das gerade mal machen, weil wenn die Items wechseln, dann, dann. Ich hab's doch auch ge- what the fuck. Achso, jetzt bin ich beim normalen Portal. Oh, was ist das denn für Mist? Die Items, oh nein. Wo sind die hin? Jetzt muss ich den ganzen dämlichen Faktenweg zu schauen. Ich glaube, ich darf hier runter. Dann kann ich hier schon mal anfangen, zu bauen. Scheiße. Noch ein Herz. Ähm. Wir haben auch, wir haben auch Material, äh, im Haus, ne? Das kann gut sein. Haben wir, haben wir noch normale Wolken? Oder kann einer von euch normale Wolken holen? Äh, wir dürfen eigentlich noch welche haben. Ist Gott schlecht, ich töte gerade das Evil Chicken. Ne, wir haben keine normalen. Wie jetzt, hä? Wir haben nur blaue. Ja. Wir haben halt normale her, irgendwoher. Ja, wir müssen doch noch normale haben. What the fuck? Nein, wir haben keine normalen. Ja, dann hol halt, dann hol halt normalen. Nein! Nein! Alter, scheiß Wolken. Ich auch. Ja. Fängt ja gut an. So. Gut an. So nicht. Da unten ist am Brosium. Alter, jetzt bräuchte ich eine Mini-Map. Jetzt wäre eine Mini-Map echt praktisch. Weil ich muss ja wissen, in welche Richtung ich bauen soll. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Nein, da ist der Fackel weg. Warum, warum sitzen hier random Fackeln? Die verwirren. Keine Ahnung. Die werden schon einen Sinn haben. Ne, haben sie aber nicht. Ich habe Render Distance Extreme. Ich habe Render Distance fast normal. Und habe 45 FPS, lol. Was bringt eigentlich Gravitide Boots? Gravitide Boots. Keine Ahnung. Also, ich habe gar keine Boots an. Doch, du solltest doch die Zanid Boots haben, oder nicht? Nein, die sind beim letzten Sterben flöten gegangen. Oh. Okay. Ah, da ist Zanid. Okay, hier gibt es noch Zanid. Hat eigentlich irgendjemand mal den Pigment Zombie getötet, der da oben auf uns lungert? Nö. Gut, ich habe einen Zanid Shred dabei, jetzt hat er getötet. Der ist doch schon ewig. Wo ist er denn hinten beim Portal, oder? Okay, das Portal will bei mir nicht laden. Du bist weg. Ja, weil ich jetzt gerade einmal Relog mache, weil ich das Portal laden lassen will. Jetzt ist es da. Hä? Der Mie ist hier kein Zombie. Aber runter komme ich hier auch nicht, ne? Hier ist keiner. Ein bisschen scheiße. Der irgendwie, wo meinst du, ist der im Haus oder beim Portal? Egal. So, jetzt will ich hier so ein paar Kisten durchgucken. Drüben ist auch noch überall Zanid. Aber wie komme ich da rüber? Wer von euch hat das Gravitate gefunden? Ich hatte Gravitate, glaube ich. Äh, jetzt kannst du entscheiden. Möchtest du Schuhe oder zwei Schwerter daraus machen? Mach mal Schuhe. Ja, Schuhe sind, glaube ich, besser. Die halten dich, glaube ich, am Boden oder so. Weiß ich nicht. Probier es aus. Mach einfach eins mit Schuhen und dann... Ja, aber wenn, wenn einer von... Also, wenn du die benutzt und stirbst, dann... Wer hat die Erdbrücke hier gebaut? Also, wenn wir alle die benutzen, also ich finde das ein bisschen Verschwendung, oder nicht? Wie ist denn Verschwendung? Ach, hier war jemand, Zanid. Egal, egal, mach einfach Schwerter. Du kannst Schwerter immer gut gebrauchen. Traum. Wie ist es egal, was du draußen machst? Ja, ich frag dich, weil du das gefunden hast. Das ist... Glattwurst. Glattwurst ist erstmal unverarbeitet. Noch brauchen wir es ja nicht. Ja, das entscheiden wir dann spontan. Und ich such hier... Ach du Scheiße. So, ich brauch ein bisschen Dirt, ein kleines bisschen Dirt. Dirt. Weil dann werde ich erstmal vorbauen. Und guck, äh, in... Also, über welchen Bereich, in welche Richtung ich das... Den... Den Speed-Sand bauen soll. Okay, ich wurs da rüber. Und danach wird er erst gebaut. Jetzt seid ihr ja schon überall lang gelaufen. What the fuck? Nehmen wir die orangenischen Bäume mit. Ne, orangenen Bäume nehm ich zumindest keiner mit. Ich hab wieder keinen Timer gestartet. Shit. Wie lange nehmen wir Schauf? Äh, warte. Ich weiß nicht mehr. Das ist immer so schlau. So, wir haben jetzt 37. Sagen wir mal 5 Minuten. Oder 7 Minuten. Ja, und wenn sie was länger wird, ist ja auch nicht schlimm. 45, 45 machen wir Schluss. Äh, sagen wir 50. Dann haben wir... Nein, 45. Nein, 50. 47. Nein, 50. 48. 50. 48, so. 49,39. Niemals. Doch. Nein, okay. Mir ist egal. Ähm. Oh ja, machen wir dann. Wer steht da bei euch auf der... Bei euch auf der Drücke, oder? Hallo, ich. Also ich nicht, ich bin gerade in der reellen Welt. Ich bin da, ich sehe dich. Nein! Ja, du siehst mich. Ich sah, ich sah, er sah, kam und ging und fällt. Oh, nö. Und stirbt. Von einem hohen Platz. Ja, aber ich bin genau auf dem Portal gelandet. Also zumindest neben... Ja, das steht da, dass man genau auf dem Portal landet. Neben dem Portal. Ich sag, dass man da nicht nach unten in dem Portal landet. Jetzt lebt die Welt nicht. So, jetzt muss ich mal wieder zurückgehen. Du müsstest jetzt auch irgendwo da oben spawnen. Beim Haus. Oder? Äh, nein. Wo spawnst du denn? Achso, ja, ich spawn beim Haus, genau. Ich bin beim Haus. Du müsstest dich eigentlich gleich sehen. Ich laufe schon jetzt zum Portal. Katze, nein. Nein. Aus. Hat deine Katze das Spiel beendet? Nein. Bad Kitty. Die macht solche Sachen. Die hat auch sein Tablet zerstört. Oh Gott. Äh, haben wir irgendwo... Achso, ich muss auch... Das ist voll die Randale-Katze. Nicht Randale, Ralf, Randale-Katze. Ja. Ja, für... Oh, warum leckt das gerade? So, also ich hab jetzt 2x64 und 1x11. Dirtblocks. Meint, ich komm damit hin? Die nimmt Phipps auch immer sein Milchgeld weg. Wer, die Katze? Ja, die Katze. Oh, Bad Kitty. Ist voll der Rauti, weißt du? Was ist das? Was ist das? Bin ich neugierig. Ähm, könnte mal bitte einer von euch kurz zum Portal in der normalen Welt gehen? Ich bin beim Portal in der normalen Welt. Schwierig. Okay, dann sag mir doch mal bitte... Ich hab Angst. ...den... Äh, den x-Wert. Ne. Moment mal, ich muss doch den x-Wert. Moment mal, ich muss gerade erstmal tauchen hier. Meine Sachen wieder aufsammeln. Puh, hast du wieder deine Sachen verloren. Mal wieder. Dungeon? Nächste Folge. Ja, da upgrade ich dann aber den Server, echt. Weil, das möchte ich dann schon... Da möchte ich dann schon was mitnehmen. Ähm. Ich glaube, wenn der Mediafire-Link wieder funktioniert... Das ist echt peinlich. Das ist echt voll peinlich, irgendwie. Hab ich alles? Scheint so. Ähm. Äh, warte. X-Koordinate hier. X-Koordinate. 600. Moment, ich schreibe mir das mal eben auf. Stift, Papier. Los geht's. Also X. Guck in, Chat. Ja. 605 und Z. Minus 238. Nein, 83. So, das heißt, ähm, ich muss jetzt tendenziell... Aua, aua, aua. Mann. Bis zur Koordinate 605 und dann nach links abbiegen. Das sollte machbar sein. Wieso hast du eigentlich die Todesfallen um unser Haus drum gebaut? Du musst Wolken, du musst weiße Wolken obendrauf bauen, dann wird das... Ne, weiße Wolken, ja gut, okay, ja. Dann hast du ja diesen Schadensfallzeug da. Die haben doch noch weiße Wolken. Die haben doch noch weiße Wolken. Nein, den hab ich nicht. Weißen? Natürlich, den hatten wir noch 14 Stück in der anderen Kiste. Echt, haben wir noch weiße Wolken, ja? Ja, dann hast du wohl nicht Grund, ich nachher guck, ne? Ja, das kann sein. Ich baue mal die 14 Stück schon mal drumherum. Ich trage zwar schon eine Brille, aber... Tja, kommt davon. So, ähm, kannst du nochmal kurz in die Reelle welchen, wenn wir die Y-Koordinate davon sagen? Hab ich doch. Ne, du hast mir nur X und Z genannt. Ähm, ne, die X-Koordinate ist ja egal, das ist doch eine Höhe. Ja, die brauche ich ja auch. Ich baue ja auf das Ding zu. Und will ja keine Treppenstufen bauen. Okay. So. Oder musst halt gucken, wie ich baue. Äh, Z... Ne, Quatsch, Y ist 70. 70. Dann bin ich grad massiv zu hoch, ich steh nämlich grad bei 88. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wie kannst du denn bei 88 stehen? Äh, indem ich vom Haus aus losgegangen bin. Losgebaut hab. So, jetzt hab ich hier einen... Du baust grad die Brücke, sagst du. Ja, ja, ich hab grad einen ganz langen Strahl von Erde hier gebaut. Alter, würde ich jetzt, äh, Seven Days to Die spielen, das ganze Ding wird direkt einstürzen. Das Spiel ist... Hab mir mal oben eine Kiste hingebaut und gedacht... Das Spiel ist eigentlich recht geil, das würde ich auch gerne mal zocken. Weil ich so... Seven Days to Die ist übelst Hammer. Ja, ich hab leider das Spiel nicht. Ja, ich hab mir jetzt auch den, den Alpha-Kiefer... Bist du gestorben? 30 Dollar, glaube ich? Ne, ich, äh, hab gedacht, weil ich so oft... Also, solange ich nicht mehr gestorben bin, hab ich meine Sachen oben ins Haus getan. Ja, besser ist das. Und... Schon mal praktischer als... Wieso hast du das getan? Ich hatte Langeweile. Alter. Was hat er gemacht? Oh nein, ich bin genau in Wasser gelandet. Verdammte Scheiße. Das kommt davon, wenn man es nicht schlecht klappt. Wenn Suicide goes wrong. So ungefähr. Kacke. Warum? Dir ist schon klar, dass wir dich jetzt einweisen müssen, ne? Du bist jetzt... Suizidgefährdet. Das hätten wir so oder so machen müssen, also. Ja! Aua! What the fuck? Ich kann dir beim Suizid helfen, das ist dann Sterbehilfe. Ne, ich möchte ja selber sterben. Ich möchte ja selber sterben. Mal gucken, wenn... Wenn, dann mach ich das schon alleine. Ja, okay. Ob ich da drauf landen kann? Oh, scheiße. Nein, kann ich nicht. Ich kann keine Wolken abbauen, dafür bin ich zu dämlich, irgendwie. Komm da eh nicht dran. Ja, weil dir kommt doch sogar hin. Ich komm da nicht hin. Das ist... Na, zu hoch, zu niedrig, zu blöd, zu... Ja. Ja. Erde. So. Das klingt nicht. Ich baue jetzt meinen Porno-Tunnel da unten aus. Ich mach das. Und ich hab keinen Bock mehr auf Suizid. Scheiße, wa? Langweilig. Das ist langweilig. Das funktioniert ja nicht. War das bei Quicksal so, dass wenn man Shift drückt hält und da drauf geht, dass man dann nicht rennt? Äh, das kann so sein. Weiß ich nicht. Weil dann wäre das Bauen wesentlich praktischer. Alter, wenn du mit Shift da drauf gehst, dann läufst du aber sowas von übelst langsam. Dann läufst du langsamer als aufs Hauslandet Eis. Oh. Oh, der Wolke. So, ich kann mich hier jetzt mal runter. Mal gucken, ob ich noch... Da hin. Oh, ich bin noch Zanit-Filet. Eigentlich nochmal ein bisschen praktisch, weil ein bisschen was brauchen wir noch. Von was? Zanit. Das wäre schön, wenn wir was finden, damit wir in der nächsten Aufnahme mal in den Sessionen-Dings könnten. Ja, das wäre schon... Bauchst du dich grad nach unten? Yes. Tust du das wirklich? Ja, mit einer Treppe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder am Chef. Der Chef steht. Okay. Ja, warum? Hier kann man ja im Prinzip nicht runterfallen. Im Prinzip auch. Du wirst es definitiv schaffen. Ja, das weiß ich. Oh mein Gott, ne Wacke, ne Wacke, ne Wacke. Tot. Ach, wir brauchen halt, weißt du? Das ist alles im Sinne der Wissenschaft. Im Sinne welcher Wissenschaft? Meiner Wissenschaft. Die Bäume abgedingstert am Haus. Die was? Was kleistern wir am Haus? Nein, Bäume abgehäust. Ja, das war ich. Ich habe aber die Setzlinge... Ich habe die Setzlinge in die Kiste getan. Ah, okay. Ich sammle gleich mal wieder meinen ganzen Dirt, an den ich hier... Zanit. ...untergeworfen habe. Okay, jetzt müssen wir gucken. Hier sieht es safe aus. So. Kaum für die restliche Aufnahme helfe ich dir mal. So, also unser Weg fängt langsam an. Also ich habe wieder sechs Zanit schon. Ordentlich auszusehen. Du kannst ein bisschen Fackeln mitbringen. Ein paar Fackeln mitbringen? Ja, normale Fackeln. Achso. Ja, oder aus Ambrosium, ist mir egal. Ne, ich habe normale. Und er funktioniert auch sehr gut. Wer? Also du bist sehr schnell unterwegs mit diesem... Sand. Ja, du kannst dich ja da runter bauen. Ja, du kannst dich hier mal vergraben. Oh. So, ähm... Haben wir Wolken in der normalen Welt? Äh... Jein? Neine Ahnung. Nein. Also nicht, die du abbauen kannst. Ah, okay. Weil du brauchst, äh... Äh, irgendwas zum Auffangen, was dich dann da hinterher bremst und es kracht in die Wand und kriegst Schaden. Und da musst du welche von oben holen. Und da musst du welche von oben holen. Oh Gott, normale Kisten durch. Schön, wie du mir hilfst. Einfach weggegangen. Warum? Ich baue jetzt eine eigene Treppe runter. Achso. Ne, hier sind keine. Ja gut, dann muss ich... Dann hol ich die, glaub ich, in der nächsten Folge, oder? Das wär vielleicht einfacher. Das könntest du tun. Oh, ich hab Sanit. Siehste? Gut, äh, dann... Na, was macht ihr denn gerade so? Also wir bauen gerade noch den Schacht runter. Und hier geht's über zweit runter, merkwürdigerweise. Ja gut, dann musst du mal sagen, wann du endest. Ja, so zwei Minuten, ne? Zwei Minuten. Wenn das mit Sanit so weitergeht, dann haben wir schnell Rüstung zusammen. Das wär schon praktisch. Haben wir irgendwo Stein? Also auch massenweise? Ja, unten. Ja. Unten in der Höhle. Äh, meinst du das auf der normalen Welt, oder im... Hier oben, im Äther. Äh, könnten wir wieder schon mal was hochbringen. Okay, hier fällt man dann runter. Das heißt, hier dürfen wir nicht weiter runtergehen. Wo hochbringen? Äh, nein, runterbringen. Also, wenn man von... Ja, ich komm gerade hoch. Das ist grad schwierig, wollte ich grad sagen. Ja, ich komm ja grad hoch, deswegen. Ich will mal gucken, wo man mit dem... mit dem Portal landet, was wir hier direkt am Haus haben. Hier mal Strip-Mining. Uh. Man, auch noch. Drei am Rosium. Ähm, okay, man landet am... Amt der Welt. Der Welt. Ja. Ähm, wir haben noch mal die Koordinaten vom Haus. Hier noch... Fünf nach acht, ne? Geht, wir landen es bei 350. Regnet's grad in der echten Welt. Ja. Ja, hier oben ist nämlich Gewitter. Puh, you don't say. Hier oben knallt's richtig. Da steht ein Creeper auf meiner Bahn. Oh. Geht doch mal gar nicht, also wirklich. Äh, ja. Ich glaub, ich lauf jetzt in der nächsten Folge da lang. Jo, wir können eigentlich auch jetzt... ...wollen gehen wir machen. Strip-Mining machen wir dann hier in der nächsten Folge weiter. Und... Genau. Ähm, joa. Ich würde sagen... Demo sind wir in der nächsten Folge. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, Müsli. Und bye-bye. Tschüss. Tschüss. Tschüssi, Müsli. Tschüssi, Müsli. Tschüssi, Müsli. Tschüssi, Müsli. Tschüssi, Müsli. Tschüssi, Müsli.